Er ist jetzt definitiv bei Null. Er beschleunigt am Punkt Fünf. Unmöglich. Hey, Latschisch! Latschisch! Er kommt direkt auf uns zu. Wie kann das sein? Erdanziehungskraft. Nicht mal mehr acht Stunden. Nun, der Verteidigungsminister, die Leitung der Wissenschaftler, der NASA-Administrator, die astrologische Forschung der JPL, Dutzende von Wissenschaftlern und ich sind uns alle einig. Wir werden es nicht aufhalten können. Nicht? Nein, das Militär weiß zwar Bescheid. Das Weiße Haus und die Verteidigungsminister und alle anderen sind auch alarmiert. Aber mit nichts auf der Welt werden wir es stoppen. Werden Sie die Bevölkerung warnen? Äh, Evakuierungen? Es wird nur Panik geben. Was genau wird passieren? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden wohl zu spüren kriegen, wie sich die Dinosaurier damals gefühlt haben. Was, was, was sollen wir tun, Professor? Rufen Sie Ihre Familien an. Und dann kontaktieren Sie jeden Beobachtungsposten, jede Wetterwarte, jeden kleinsten Monitor, überall. Sammeln Sie alle Informationen und tun Sie alles gegen Dark Matter. Vielleicht wird es das Letzte sein, was wir tun.